Die Gestaltung von Metric basiert auf der Idee, genügend Eigenständigkeit zu schaffen und gleichzeitig genügend Neutralität, um in unterschiedlichen Umgebungen zu funktionieren. Wilcan hat sich zur Aufgabe gemacht, Produkte zu schaffen, in denen man sitzt, nicht auf denen man sitzt. In der Regel benötigt man, um einen Freischwinger zu machen, Tragestrukturen und eine ergonomische Sitzstruktur. Und das zusammen zu integrieren in ein Produkt, das war die Aufgabenstellung. Um das Ziel zu erreichen, war es notwendig, einen konsequent integrierten Gestaltungsansatz zu wählen, weil das eine sehr gute Möglichkeit ist, Weichheit und Ergonomie, klare Struktur und Definition in einem Produkt zu vereinen, ohne das Produkt zu zergliedern. Man beginnt mit einem Volumen, subtrahiert einzelne Flächen und Volumen und schafft so ein Produkt, was wie aus einem Guss aussieht.